Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au! Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber... Das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du... ...hergekommen? Oh. Na klar. Sully, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen, Drake. Wie meinst du das? Nate kann's dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz. Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Warte, du meinst... ...die Schulden, die... ...die Floch... Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werd dir alles erzählen, wenn wir uns sehen. Okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... ...dank, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich's fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wow. Ziemlich... ...viele Gerede. Unser Bruder hat uns beschissen. Jetzt wissen wir wenigstens, wie wir zu unserem Namen gekommen sind. Und unsere Frau hat uns gerettet. So. Da oben. Ich hab mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir... ...noch herausfinden, wie wir hochkommen. Nate, hilfst du mir die Leiter hoch? So. Unsere Frau hätten wir schon mal da oben. Danke. So. Spannend, ob wir am Ende den Schatz dann doch noch finden. Und? Du bist doch schon lange hier. Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Na klar. Aus der Luft. Nicht unglaublich, oder? Ich hab mir nicht alles. Ich wollte vor allem... Klar. Wo läuft die denn lang? Wir laufen hier lang. So. Und fallen hier wieder runter. Genau so machen wir's. Alter. Und... hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Ja. Henry Avery. 400 Minuten. 12 Gründer. Und hunderte Siege. Ja, das umreicht es ganz gut. Mir war etwas lang. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt nachschubfluss aufwärts gebracht. Ja, gut möglich. So. Warum müssen wir denn lang, bevor wir uns verlaufen? Was ist unser Weibchen? Komm mal her, Frau. Wo müssen wir lang? Hm? Wo genau? Hier vermutlich nicht. Hm. Wo? Ah ja, siehst du? Frau weiß doch, was lang geht. Ah ja. Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Was meinst du? Wohl lang? Na, sehen wir uns um. Na ja. Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier irgendwo hoch. Oder? Vermutlich. Weil hier kann man sich festhalten. Das ist zu hoch. Da müssen woanders lang. Es muss hier doch etwas gehen. Na bitte. Da kriege ich dich hoch. Super. Allehopp. Ja, Kletter. Boisken. War klar. Meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Äh. Hey, hier oben ist ein Weg. Na, ganz toll. Was liegen denn hier eigentlich rum? Ah, Steine, okay. Schau mal, ob du was brauchbares findest. Ja. Genau, sieh mal zu. Hey, ich habe hier was. Warte. Vorsicht, da unten. Was ist das? Oh, ist die. Ich kann mich darüber herkennen. Versuche mit der Kiste zu dem Baumstamm dazukommen. Kiste, Baum, verstanden. Kiste, Baum. Wo ist denn da ein Baumstamm? Ah ja, hier. Sehr schön. So macht man das. Ja, und du? Ja. Ähm, yep. Ja. Natürlich ganz fantastisch. So. Überragend. Ich glaube, hier springe ich mal. War ja klar. Alles klar. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch hier hochzukommen. Ja. Ja, verstanden. Sauber. So. Kann der nix machen wie normale Leute. So. Kommst du da irgendwie raus? Scheint an der Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Meine Beweise, ob der jemand... Oh. Funktioniert. Hochschung. Sehr stark. Oh. Ja, komm. Macht nix, ich komm mal rum. Ne, doch nicht. So, da hoch, da lang, da. Da passiert doch noch mal was, das ist doch... Ah ja, hier muss ich wieder runter, oder wie? Was ist da? Wusste ich's doch. Das wollte ich nicht hören. Halt noch ne Stunde durch, dann kommt die Ablösung. Reichter gesagt, er hat getan. Shit. Sehr elegant, Schatz. Nichts dabei. Okay, wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. So, wo geht's denn weiter? Ah, hier. Ja, da muss ich wieder irgendwas finden, wo ich hier hochkomme, ne? Oder wir schauen mal hier. Äh. Nö, sieht nicht so aus. Ah, hier. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Sehr gut. So, und nur? Ja, wo ist sie denn? Da kommt sie ja. Ja. So. Jetzt ist die Frage, wo ist unser Auto? Äh, Mann, wo ist mein Auto? Ja. Sieh mal, schau allein. Sie haben dein Auto. Ah. Holen wir es uns wieder. Break, hol bei uns. Okay. Scharfschütze da oben. Nicht hier runter, ob es, äh, springen wir da runter? Okay. Nächste Frage, wo geht's weiter? Hm. Das kannst du vergessen, ne? Egal, wo wir jetzt hier runterspringen. Oder wir müssen uns da vorne dann festhalten. Aber da ist ein Scharfschütze, da hab ich keinen Bock drauf. Was? Und L3 drücken. Ah ja, okay. So kann ich die Gegner markieren. Da hinten war noch einer. Wir riskieren's. Was ich sag. Ah ja. Ah ja. Ah. Ah. Alter, bist du das... Oh, macht mich fertig, die Olle. Na, komm mal her, Boy. Oh, bleib doch mal hier. Hallo. Boah, Mist. Das hab ich nicht gesehen. Nein. Oh, shit. Oh, shit, jetzt die ganze... Ah, ich hab's nicht gesehen. Ich hab gedacht, da unten wär immer noch denn... Oh, oh, diesmal sehen sie uns. Diesmal sehen sie uns. Ne, sehen sie uns nicht. Oh, Mist, 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 Mist. Oh, das war knapp. Gott sei Dank. Ist ein anderer Kasper da drüben, komm her. Na, komm mal her, du. Ei, 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 wo ist er denn? Komm her. Echt? Nichts, nicht nur. Alles sauber. So, diesmal weiß ich, dass es da nicht mehr Bleibt da stehen, bleibt da stehen Waaah